Hi, mein Name ist Cordula. Ich gehöre zu der vorletzten Generation und ich bin hier gerade in Cuxhaven an der Nordseeküste und ich möchte einmal euch diesen Missstand zeigen hinter mir. Ihr seht, ich bin eigentlich am Wasser, aber ihr könnt auch sehen, dass das Wasser ganz, ganz weit weg ist. Denn in den letzten, ich sag mal, in den letzten drei Stunden ist der Meeresspiegel um so einen drastischen Meter vielleicht gesunken, dass es einfach weg ist. Es verdunst, keine Ahnung, wo das Wasser ist, aber wir sind schuld daran. Wir sind schuld, dass das Wasser jetzt weg ist, dass das Wetter immer wärmer wird und das muss jetzt ein Ende haben. Ich habe meine Hand bereits schon mit Kleber vollgeschmiert und damit ich jetzt ein Zeichen setzen kann und alle Menschen hier am Stand aufmerksam werden, auf diesen Missstand klebe ich mich jetzt fest. Und ich hoffe, die Polizei ist schon auf dem Weg. Ich sehe sie jetzt noch nicht, aber es geht los. Letzte Generation rettet das Klima.